Nachschüssen für Ex-Pauli-Profi Nächster Schlag für den früheren Spieler des FC St. Pauli, Deniz Naki darf in der Türkei nicht mehr Fußball spielen, der Verbands des Landes sprach nun eine harte Strafe aus. Der kurdisch-stimmige Fußballprofi Deniz Naki ist von der türkischen Fußballföderation, DTF, lebenslang gesperrt worden. Dies wurde auf eine Disziplinarversammlung beschlossen und auf der Homepage des Verbands bekannt gegeben. Dem 28-Jährigen wird Diskriminierung und ideologische Propaganda vorgeworfen. Zusätzlich muss Naki eine Geldstrafe von umgerechnet 58.000 Euro zahlen. Das ursprüngliche Urteil des Verbands betrug drei Jahre und sechs Monate. Allerdings werden Strafen ab drei Jahren in lebenslange Sperren umgewandelt. Der ehemalige U21-Nationalspieler hatte sich nach dem Autobahnattentat auf seine Person vor rund drei Wochen entschieden, nicht in die Türkei zurückzukehren und bemüht sich um die Auflösung seines Vertrages beim kurdischen Club Ametis K aus der dritten türkischen Liga. Naki, der im vergangenen April in der Türkei nach angeblicher Unterstützung der kurdischen Arbeiterpartei PKK in sozialen Medien wegen Terrorpropaganda zu 18 Monaten und 22 Tagen Haft auf Bewährung verurteilt wurde, hatte seine Entscheidung laut seinem Anwalt Stefan Kunz aufgrund massiver Sicherheitsbedenken getroffen. Er hat sich von den Bitten seiner Familie und seines Umfeldes überzeugen lassen, in Deutschland zu bleiben. Schüsse auf der Autobahn Auf Genitz Naki waren zuletzt aus einem fahrenden Auto zwei Schüsse abgefeuert worden. Quelle Auf Naki waren auf der A4 nahe seiner Geburtsstadt Türen aus einem fahrenden Auto zwei Schüsse abgefeuert worden. Der Deutsch-Türke blieb unverletzt. Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunkt-Nachrichtenagentur Seht Erklärung des türkischen Fußballverbands DFF-Bericht der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.